3 Minuten Schadepnick Kommen, Hermann. Sauber. Danke. Immer jedes Jahr machen wir diese 3 Minuten Schadepnick. Du hast dann eine ganze Serie über deine Aufnahme. In der letzte Gruppe anfangen. Wenn ich lobe, Helmut kommt immer ein Fehler. Oh nein. Der Ball war eine Störung, das habe ich gesehen. Da war keine Störung. Du kurz war dein Ausschwung. Jetzt war viel besser. Auch gut. Ja, etwas hier noch dazu zu hast. Aber der Blieb ist Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen. Gerätet. Bravo. Bravo. Auch die letzte sind 3. Noch 3 Bälle. Lass das 2 mal. Entschuldigung. Sauber. Gut gefangen. Noch die 2 Bälle. Ah, Slice-Vorhand. Naja, schon aber. Du musst du vielleicht ein bisschen mehr schieben. Und nicht so fest schlagen. Das war halb 40. Plötzlich. Du darfst auch vorzeigen deinen Vorhandspreis. Aber es ist ein bisschen zu viel. Ja, das ist es. Das ist ein super gerader Schlag. Danke. Das geht jetzt. So. Der nächste. Komm her. Danke. Und. Der ganz der letzte. Du bist leider nicht im Bier drin. Danke. Danke. Dannueh bitte. Danke. ціے counten. Die Erdogan.